Sollen wir den roten Teppich jetzt mitnehmen? Nein, Elvis, ich denke, dieser Teppich hat jetzt leider ausgedehnt. Komm endlich, James! Der Prinz wartet schon! Guck bloß nicht nach unten! Oh nein, ich kann... Jep, wissen wir, James, du kannst Seilbrücken überschluchten nicht leiden. Und doch, hast du's geschafft. Siehst du, jetzt fehle nur ich noch. Ich werde euch einzeigen, wie das richtig geht. Los, Tobo, Tom, zeig's ihnen! Was hat das Schaf davor? Welches Schaf? Ähm, es scheint das Seil durchzuknabbern. Nein, oh nein, 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 nein! Weder weg, Schaf! Das ist keine gute Idee. Oh, knabber doch irgendwas anderes an! Mach schon, Tom! Du bist ein weder Mann! Nein, nicht doch! Oh! 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 Vorsicht! Tom, wie schrecklich! Au! Das ging voll auf die Schulter! Klettern geht nicht mehr! Ich schätze, wir rufen besser Feuerwehrmann Sam, hm? Also, ich kann wirklich nichts sehen von hierhin. Ja, ich auch nicht. Ich, ich schon. Mit meinem Blickfänger 2000. Und was siehst du jetzt? Sie scheinen immer noch nichts für den kleinen Prinzen gefunden zu haben. Oh! Allerdings konnte Dillis ihnen anscheinend ein Glas Gurken aus der Sonderangebotskiste verkaufen. Ja! Oh, da freut sich Dillis sicher. Sie hat schon versucht, die aufzubrauchen, bevor sie abgelaufen sind. Oh! Oh, sie kommen raus! Tom Thomas sitzt in einer Schlucht fest und er hat eine Schulterverletzung. Tom Thomas sitzt in einer Schlucht fest und er hat eine Schulterverletzung. Verstanden, Sir. Wenn Tom dort festsitzt, wer fliegt dann nur den Rettungshubschrauber? Ich kann einen Hubschrauber fliegen. Oh! Ich fliege jetzt so dicht dran, wie es geht! Fast da! Oh, danke, Sam. Was täten wir nur ohne dich? Und vielleicht bist du hier wirklich auf etwas gestoßen, Norman. Ich hab's dir gesagt. Und dir hab ich's auch gesagt. Die senden von hier Signale an die Mondmenschen. Das tun sie nicht. Nein, und ich weiß jetzt, was das ist. Was haben Sie denn? Ich bin so richtig vorsichtig. Hier kommen nur beide Ringen. Aber jedes muss ich nicht. Na, ich weiß ja nicht Mondmenschen. Im Moment sehe ich hier nur sehr viele Menschen in einem sehr kleinen Boot. Oh, der Sück der Ebbe ist zu stark. Vorsichtig, das Teleskop. Passt sie auf. Oh, verzeihung, Professor Pingelich. Bitte nennen Sie mich nicht mehr Professor Pingelich. Entschuldigen Sie, ich meinte Professor Picker. Mit seinem Namen sollte man Pingelich sagen. Oh, nein. Oh, nein. Das Boot ist gekentert. Wir müssen schnell Feuerwehrmanns... Oh, der ist ja schon hier. Das reicht aber nicht. Ruf die Feuerwache an, Hannah. Ich fahr schon raus, aber das schaff ich nicht allein. Oh, hallo? Ähm, da ist ein Boot. Und das ist, äh... Eine mysteriöse Gruppe ist mit ihrem kleinen Boot gekentert, während eines Kontaktversuches zu Mondmenschen. Eine mysteriöse Gruppe ist mit ihrem kleinen Boot gekentert, während eines Kontaktversuches zu Mondmenschen. Ich bin schon unterwegs ins Seenot-Rettungszentrum. Äh, ich denke, ich brauche langsam Urlaub. Okay, lass go! Okay, lass go! Die Strömung ist sehr stark, Penny. Sie könnten meilenweit abgetrieben sein. Fahr nach Norden, Ben. Sam soll sich da befinden. Verstanden, Penny. Hilfe! Hilfe! Hallo! Was mag uns denn keiner? Haltet durch! Ich bin gleich da! Da! Das ist sicher von Sam! Oh, Feuerwehrmann Sam! Wie wir uns freuen, dich zu sehen, Sam! Ist jemand verletzt? Zum Glück nicht, Sam. Nur ein bisschen nass. Ja, gut. Da kommen die anderen. Und jetzt holen wir euch schnell aus dem Wasser. Da sind Moose, die Lissi, Sarah und James. Und hier kommt Norman, der ist sicher schlecht gelaunt. Meine Füße tun schrecklich weh. Und hier kommt Hannah so ganz allein. Doch wo mögen nur Mandy und ihr Pferdchen sein? Wir müssen sie schnell suchen. Komm mit, Lissi! Diaporte tippel stripiert auf! Die Fuß- und Hufspuren führen da entlang. Und so wie das hier aussieht würde ich mäßig sagen die beiden sind ins Rutschen geraten. Und zwar in die Richtung! Und das heißt, schnurstark in diesen Graben rein. Da sind sie ja. Ich ruf lieber Schnellfeuerwehrmann Sam. Mandy und ein Reitpferd sind in den Pontipendi-Bergen in einen Flussgraben gefallen. Mandy und ein Reitpferd sind in den Pontipendi-Bergen in einen Flussgraben gefallen. Sei vorsichtig, Penny. Der Boden hier ist sehr unsicher. Mandy, seid ihr verletzt? Können wir? Die Trage ist gesichert. Na dann los. Wie geht's dem Pferd? Es hatte schreckliche Angst. Doch ich hab es gestreichelt und ich hab ihm gut zugeredet. Genau. Gut gemacht, Mandy. Das Tier ist ganz ruhig. Trotzdem werd ich's mal untersuchen. So, Mandy. Gleich bist du oben. Aber damit das auch sicher klappt, musst du dich auf die Trage legen. Leg dich in die Mitte. Und so kannst du auch nicht rausfallen. Los, Penny. Dem Pferd ist nichts passiert. Lass den Kran von Phönix runter. Das Geräusch erschreckt das Tier. Nicht weiter. Ja, ganz ruhig. Wie kann ich das jetzt machen? Oh nein! Oh! Schnell! Alle weg hier! Und zwar gegen die Windrichtung. Los! James! James! Ellie! Hier oben bin ich! Keine Angst, James. Schön ruhig bleiben. Ich hol dich da runter. Jetzt halt dich gut mit den Händen fest. Und streck deinen rechten Fuß nach unten. Sehr gut, James. Noch ein kleines bisschen weiter runter. Dann komm ich da sehr gut ran. Toll gemacht, James. Ich werde dich auffangen. Und du lässt dich ganz locker runterfallen. Siehst du? Ich wollte Feuerwehrmann Sam anrufen, aber ist ja gar nicht nötig. Du bist ja schon hier. Ah! Wenn das so ist, rufen wir am besten jetzt Feuerwehrmann Sam. Es gibt einen Waldbrand in der Nähe der Mühle. Es gibt einen Waldbrand in der Nähe der Mühle. Und durch den Wind breitet sich der Brand schnell aus. Und durch den Wind breitet sich der Brand schnell aus. Schon unterwegs, Sir. Penny, du nimmst Jupiter. Treff mal an der Mühle. Verstanden, Sam. Alles in Ordnung? Ja. Und nur dank Norman. Er hat uns in Sicherheit gebracht. Na großartig, Norman. Jetzt werde ich diese Jacke niemals wieder waschen. Du wäschst deine Sachen doch sowieso nie, Norman. Feuerwehrmann Sam! Das Feuer scheint sich sehr schnell auszubreiten, Sam. Ellie, du benimmst die Steuerung an Jupiter. Komm mit, Penny. Wir beide löschen das Feuer. Ja! Ja! Wie ist es? Ich rutsche dich. Okay, fern. Nein, das wird nichts, Penny. Es muss irgendwie gehen, das U-Boot läuft sonst voll. Was ist mit Phoenix? Phoenix wäre stark genug, nur dauert das viel zu lang, bis er hier ist. Ja, da ist noch etwas, das ganz bestimmt stark genug wäre, das U-Boot zu retten. Also, tretet jetzt bitte alle zurück. Alle müssen den Sicherheitsabstand zur Bergungsstelle einhalten. Wo ist denn bloß mein Tauchmaster 2000? Ich schätze so ziemlich an der tiefsten Stelle des Sees, Joe. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich lasse die Binde jetzt runter, Sam. Los jetzt, Tom. Keine Angst, Norman. Jetzt bist du in Sicherheit. Ja. Großartig. Vielen Dank, Feuerwehrmann Sam. Zieh das an. Das war wirklich gefährlich, was du da heute angestellt hast, Norman. Ich weiß, es tut mir leid. Ich mach das auch nie wieder. Allerdings, hätte ich da auch ein paar ganz tolle Filmaufnahmen von dir, Penny. Hm, so schnell schleichst du dich jetzt nicht aus der Verantwortung. Nein, Norman. Und ich denke, heute gibt es auch noch zu Hause jede Menge Ärger. Ach. Aber vielleicht ist die hier nützlich. Gut, schauen wir mal die Nachrichten. Na, um dich geht's dabei lieber nicht, Elvis. Tja, das werden wir gleich sehen. Der bei Touristen beliebte Pontypandy-See war heute Schauplatz einer dramatischen Rettungsaktion. Glücklicherweise konnte Feuerwehrmann Sam erneut das Schlimmste verhindern. Aber diesmal war nicht er der eigentliche Held, wie er uns sagte. Erst die waghalsige Tauchaktion von Feuerwehrfrau Penny Morris hat diese Rettung möglich gemacht. Hör zu, du überteuerter Riesen-Misthaufen. Schalt es aus und zwar sofort. Es tut mir leid, Norris. Ich fürchte, das kann ich nicht tun. Na, warte dir, zeig ich's. Äh, nichts, Sir. Ich denke nicht, dass es... Yeah, Pool-Party-Modus. Da fliegt doch der Schlauch von der Hunde. Oh, toll. Es regnet. Oh nein, bei einem Zaubererwettkampf in den Bergen ist ein Waldbrand entstanden, der sich ganz schnell ausbreitet. Heute scheint wirklich alles schief zu gehen. Fertig, alles gelöscht. Funken und trockenes Gras? Keine gute Mischung, Norris. Entschuldige, Feuerwehrmann Sam. Ich wollte doch eigentlich nur ganz besonders magisch sein. Weißt du, was auch absolut magisch wäre? Wenn du nicht länger Unsinn verzapfst. Wenigstens diesen einen Tag. Klar, die letzte Szene ist komplett ungefährlich versprochen. Gut, hoffentlich stimmt das. Und nun die magische Besenflugszene. Aufgepasst! Nein, Norman, das ist zum Rutschen ja viel zu hoch. Das gehört aber alles zu meinen megamagischen Spezialeffekten. Nur so geht der Film total viral. Macht jetzt mit. Ich will super viele Klicks. Dann breche ich alle Rekorde. Das Einzige, was du hier brichst, ist dein Bein. Halb so wild. Schließlich bin ich ein Star-Regisseur. Oh, ich kann nicht hinschauen. Oh, ich fliege. Ich hänge. Ruft bitte Feuerwehrmann Sam. Schreiben dir das bitte aus, ja? Maximo Magisch, der Meisterzauberer hängt an einer Seilrutsche über dem Wasserfall. Kopfüber und nur an seinem Fuß. Wieso hatte ich das nicht kommen sehen? Hilfe! Halt durch, Norman! Sam kommt ja! Schnell, Sam! Tante Phyllis hat mir den Schal gegeben und der taugt echt nichts. Oh, ein echter Cliffhanger! Ich kann ja kaum hinsehen. Ich hoffe, Sam schafft es noch. Ich auch. Ich habe fast keinen Speicher mehr. Ich hab sie! Vorsicht, Norman! Hey, pass doch auf, wo du hinstinkst, ja? Au! 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 Diese Katze ist wirklich eine echte Nervensäge. Norman! Bist du verletzt? Nichts passiert. Aber wo ist diese Katze jetzt wohl? Nicht, Norman! Verschränk sie nicht! Mist, ich kann sie nicht fangen. Ich glaube, wir haben andere Probleme. Ich hole mein Dad. Wir sind gefangen. Schnell, tut doch was. Ich rufe Feuerwehrmann Sam an. Äh, Sam, leider ist da was schiefgegangen bei dieser Anzugreinigung. Aber dafür riecht er jetzt wieder wie neu. Danke, Elvis, aber ich denke... Ein Feuer im Haus der Platz. Mandy, Hannah und Norman sind noch im Gebäude. Ein Feuer im Haus der Platz. Mandy, Hannah und Norman sind noch im Gebäude. Musik Musik Oh nein! Mein Haus brennt ja! Schon wieder! Feuerwehrmann Sam, Feuerwehrfrau... Norman, Mandy, Hannah, wir kommen jetzt. Ihr müsst bitte von der Eingangstür weggehen. Right, Penny? Bereit, Sam. Alle zurücktreten! Nehmt meine Hand. Haltet euch so dicht am Boden wie möglich und ich führe euch durch den Rauch aus dem Haus. Jetzt geradeaus durch die Tür und dann wartet ihr bei Jupiter. Jetzt du, Hannah. Los, Norman, schnell! Sam, die Katze ist ja noch da drin. Verstehe, Norman. Ich suche sie. Na, da bist du ja. Wir rufen lieber Lizzie an. Sie soll die Katze untersuchen. Der Brand ist gelöscht, Sam.